Herzlich willkommen SCP-07-Fans. Wir begrüßen euch zu unserem heutigen Format 1 gegen 1 und das Spiel lautet Schmecken. Wir haben hier acht Flüssigkeiten vor uns und derjenige, der die meisten errät oder erschmeckt, ist der Sieger. Wir schnicken jetzt einmal, wer anfängt. Ja, Flo fing an. Gut, fange ich an. Also ich trinke jetzt einfach. Sojasauce. Richtig. Wollte ich Wasser jetzt sagen. Ja, stimmt. Was ist das denn? Er kriegt Wasser, ich kriege Sojasauce. Soja. Kamillentee. Pfefferminztee. Ist das falsch, oder? Eben die Milch. Mandelmilch. Ja, ist korrekt. Kaffee. 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 Boah. Schmeckt ein bisschen wie unser Iso-Getränk beim Spielen. Aber auch ein bisschen anders. Ja, ich sage mal, das Iso-Getränk. Rämmchensaft. Scheiße. Schmeckt gut. Das Multivitaminsaft von oben. Boah. Das kriege wieder ich. Ja, irgendwie Leinöl oder Olivenöl. Olivenöl. Ja, es war ein faires Unschieden. Beide von uns haben drei Geschmäcker erraten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr als nächstes bei einem Format 1 gegen 1 haben möchtet.